Hallo alle zusammen! Ja, ich bin wieder zuhause. Ja, ich hab sie hinter mir, meine OP. Ja, ich bin jetzt seit ein paar Tagen wieder zuhause, bin natürlich noch krankgeschrieben und wollte aber euch trotzdem auf den Laufenden halten, gerade weil jetzt in der letzten Zeit nicht so viel von mir kam. Und ja, als allererstes möchte ich mich natürlich für alle bedanken, die auf Facebook oder sonst irgendwo mir geschrieben haben, mir viel Glück gewünscht haben, die an mich gedacht haben. Das waren wirklich unheimlich viele, die mich besucht haben. Also es war unheimlich schön. Ich hab mich super gefreut. Das hat mir nochmal super viel Kraft gegeben und hatte somit auch eine kleine Beschäftigung noch im Krankenhaus nebenbei, eure Nachrichten zu lesen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen und ja, vielen, vielen lieben Dank dafür. Und ja, was soll ich sagen? Also OP ist gut gelaufen. Klar, hab ich noch so meine Wehwehchen, deswegen sitze ich hier auch so komisch. Ich hab noch Schmerzen. Ich hab noch Probleme, sag ich jetzt mal so, mit dem Essen und mit dem Trinken. Ich muss mich wirklich zwingen. Was, glaube ich, sich in der ersten Zeit nicht wirklich viel ändern wird, sondern was ja auch so gewollt ist. Aber momentan ist Essen einfach kein Vergnügen, sondern harte Arbeit. Ich muss mir Wecker stellen. Ich hab keinen Hunger. Ich merke zwar, dass mein Magen knurrt. Das merke ich. Ähm, wenn ich jetzt so einkaufen gehe oder so, dann hab ich auch immer den Gedanken so von wegen so, ach, ah ja, das könntest ja mal essen so, ne? So, oh, wäre geil, das zu essen. Aber ich weiß, dass es nicht geht und dann geht's halt nicht. Ich weiß, dass es nicht geht und geht halt nicht. Aber dass ich jetzt so einen extremen Hungergefühl habe oder irgendwie sowas, hab ich zum Glück nicht. Ich hab auch eigentlich kein Durstgefühl. Wenn ich könnte, wie ich wollte, würde ich am liebsten den ganzen Tag nur schlafen und nichts essen, nichts trinken, nur schlafen. Ich hab die letzten drei Nächte im Krankenhaus nicht schlafen können, trotz Schlaftablette. Es war furchtbar. Ich hab, äh, hinterher... Entschuldigung, bist du grad so gut? Ich muss sagen... Ähm... 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 Ich hab... Ja, ich war sehr müde. Also, ich war immer müde, aber war immer so total aufgedreht. Also, mein Herz schlug immer ganz schnell, das hab ich immer gemerkt. Ähm... Ähm... Ja, und... Äh, weiß nicht, ich war total unruhig. Ich hab dann am letzten Abend, äh, noch gedacht, so von wegen, ach ja, beruhig dich immer, so beruhig dich immer mit Musik. Dann hab ich meine Kopfhörer drauf gemacht, damit ich meine Nachbarn nicht störe. Und da dachte ich so, ach ja, so sanfte Musik irgendwie, keine Ahnung, was ich da gehört hab. Und, äh, dann irgendwann kam was Schnelles und da bin ich im Bett so mitgegangen. Und dann hab ich nur schnelle, laute Sachen gehört. Und durch dieses, so mittanzen im Bett, hab ich, ich weiß nicht, ob ich da irgendwie dann, weiß nicht, ein paar Kalorien dadurch verbrannt habe oder irgendwie energielos geworden bin. Aber dadurch hab ich dann, äh, ich konnte zwar dadurch nicht schlafen, aber ich hab mich irgendwie besser gefühlt. Ich hab mich nicht so aufgedreht gefühlt, so, weiß nicht, ich fahr, da war ich kurz vorm Amoklauf. Also, es war schlimm. Es war echt nicht mehr schön. Ja, ich war jetzt insgesamt sechs Tage drin. Ich bin, äh, Mittwoch hatte ich, äh, bin ich reingekommen. Donnerstagfrüh hatte ich die OP. Ich war direkt die Erste. Äh, ich musste Mittwoch noch, äh, so ein paar Tests machen lassen nach der Anmeldung. Ich wurde nochmal über die OP aufgeklärt. Äh, man hat mir Blut abgenommen. Ich war beim Anästhesisten, der mich nochmal über die Risiken aufgeklärt hat. Ähm, äh, genau, mir wurde Blut abgenommen. Äh, ich hab so ein schickes, äh, Armausbändchen, äh, Krankenhausbändchen. Ähm, Armhaus, 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 was erzähl ich denn hier? Krankenhaus-Armbändchen gekriegt, so. Was ich ja auch euch, äh, fotografiert hatte auf Facebook. Ähm, dann, äh, was noch, was noch? Äh, genau, da hab ich dann mit einem der Chirurgen, äh, nee, das war einer der, 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 äh, 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 nicht der Chirurgen, sondern der stellvertretenden Ärzte oder irgendwas, oder, äh, weiß ich jetzt nicht mehr. Ähm, der hatte mich da aufgeklärt. Dann hab ich nochmal mit der Frau Praske, mit der Dame von der Adipositasprechstunde, hab ich nochmal gesprochen. Ähm, ähm, äh, ja. Dann, äh, wurde ich, natürlich, wurde mir natürlich die Station gezeigt und das Zimmer, welches ich habe. Dann hab ich mich da eingemistet. Dann musste ich aber nochmal runter, weil dem noch irgendwas gefehlt hatte. Dann bin ich nochmal zur Ambulanz. Dann musste ich da nochmal hin. Dann, äh, genau, dann wollte mich die Frau Praske nochmal sprechen. Und da dachte ich schon so, ha, ich so, warum das denn? Und dann bin ich zu der hin und dann, äh, fand ich sehr süß. Da hatte sie mich dann gefragt, weil, äh, die da eine Auszubildende haben, ähm, die, ähm, eine Abschlussarbeit, äh, schrieb über, oder schreiben muss, über eine Sozialanamnese. Und, äh, ob ich dafür, die, äh, wäre alles anonym, ob ich dafür die Probandin sein möchte. Dann hab ich natürlich gesagt, ja, klar, mach ich. Äh, Frau Praske direkt so, ja, ich dachte mir direkt, dass, äh, dass ich sie dafür, ähm, bitten könnte. Weil die hatte wohl versucht, mich anzurufen, aber ich hab mittlerweile ja eine andere Handynummer. Und da hat es mich nicht erreicht. Und dann hat die wohl jemand anders gefragt. Und das war wohl irgendwie so ein älterer Herr, dass er das irgendwie nicht so ganz kapiert hat, wofür die das braucht. Und war dann irgendwie wohl nicht so freundlich und so. Und dann ist der irgendwie abgesprungen. Und, ähm, ja. Und, äh, das Mädel hat mich dann halt eben den Tag über dann so ein bisschen begleitet. So auch zur, äh, Anästhesistin hat mir Fragen gestellt. Und, ähm, ich fand das sehr angenehm. So konnte ich meinen Vater wenigstens schon mal nach Hause schicken. War aber dann nicht alleine, sondern hatte jemand bei mir. Und es war ein sehr hübsches, junges Mädel namens Annika. Hallo Annika. Ich glaube nicht, dass du das sehen wirst. Aber, äh, fühl dich mal ganz dolle gedrückt. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit dir. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir unterwegs zu sein. Ich danke dir, dass du mich begleitet hast, mir auch ein bisschen, äh, die Zeit vertrieben hast und so mich auf andere Gedanken gebracht hast und ich so halt, äh, keine Ängste entwickeln, äh, konnte, brauchte, musste, wie auch immer. Und, ähm, ja, und, ähm, ja, und ich hab gesagt, ich hab selber in der Oberstufe Psychologie gehabt. Ich bin ein großer Fan von sowas, äh, überall, wo ich irgendwo, äh, bei sowas helfen kann, helfe ich mit und mach das auch. Und, äh, ja, und sie war natürlich auch glücklich, dass ich ihr helfen konnte dadurch. Und, äh, wie gesagt, wir haben uns direkt geduzt. Wir haben uns super verstanden, die war so süß. Ja, und, ähm, die hat mich halt eben einmal, äh, am Tag der Aufnahme, äh, ins Krankenhaus, äh, ein bisschen begleitet. Dann, äh, war sie morgens da, als ich, äh, dann fast, also ich war schon im Hemdchen und, äh, war direkt die Erste, die drankam. Äh, und da hat sie mich halt abgeholt. Und, äh, oder was heißt abgeholt? Sie hat mich halt im Zimmer besucht, äh, ist dann schon mal runter, um sich für die, äh, OP vorzubereiten. Und, ähm, hatte mich da nochmal in der Schleuse zum Operationssaal, hat sie mich da nochmal in Empfang genommen. Ja, äh, was gibt sonst noch alles Wissenswertes zu erzählen? Klar, aber die OP selber kann ich euch nicht so viel sagen. Da war ich weg. Ich hab nur hinterher gefragt, ob es Spaß gemacht hat, weil, na, ich mein, den Chirurgen, na, die haben da ihre Arbeit, aber ich denke mal, dem muss es ja auch irgendwie gefallen. Und, ähm, ja, äh, ihr kriegt, was kriegt ihr denn alles? Ich hab auf jeden Fall einmal so eine Kanüle in der Hand gekriegt. Ähm, ich habe einen Hals, äh, eine, eine Venenkanüle in den Hals bekommen, äh, worüber euch hinterher dann die Medikamente und so weiter gegeben werden. Und, äh, worunter ihr auch, äh, worunter ihr auch dann eure Schmerzpumpe bedienen könnt. Ihr kriegt nämlich Drogen, die ihr selber euch dosieren könnt. Also, ihr könnt da schön einen auf Dr. Haus machen. Ähm, nur per Knopfdruck. Das ist, ach, boah, ich bin so auf Wolken. Ich war so auf Wolken die Tage. Es war schön. Ähm, äh, ja, ähm, das läuft ja über den Hals, aber da müsst ihr keine Angst haben. Das kriegt ihr während der OP. Das heißt, also, während ihr unter Vollnarkose seid, das heißt, ihr merkt da nichts. Und wenn das Ding einmal drin ist, ist es drin. Und dann stört das auch nicht großartig oder sonst irgendwie was. Äh, weil ihr könnt in den ersten Tagen euch sowieso nicht großartig bewegen. Äh, ihr werdet da nur liegen und, und, äh, schlafen und so. Deswegen, äh, schlafen ist das Stichwort. Ähm, ja, genau. Äh, genau, die kriegt ihr. Dann, äh, zu den zwei Unangenehmen. Und, äh, zu den anderen Sachen gehören. Obwohl, das eine, da hatte ich erst ein bisschen Angst vor, weil ich, ähm, es noch nicht hatte. Äh, das war halt für mich halt Neuland. Äh, ihr kriegt einen Urinkatheter. Na, weil ihr dürft natürlich, äh, direkt nach der OP nicht aufstehen. Und, ähm, 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 ja, äh, den werdet ihr kriegen. Da hatte ich erst ein bisschen Angst, dass das wehtun könnte, dass man das irgendwie merkt. Aber den kriegt ihr halt auch unter Vollnarkose. Äh, das ist das einzige Nervige daran, das Reinschieben. Aber davon kriegt ihr nichts mit. Und wenn er einmal drin ist, ist er drin. Und dann merkt ihr ihn auch nicht. Und ihr merkt auch nicht, wenn ihr müsst. Also, ihr macht einfach. Das war auch für mich neu. Ich dachte, man merkt, wann man muss. Und macht dann. Und dann landet das im Beutel. Aber ihr merkt es noch nicht mal. Sondern der Beutel ist dann irgendwann voll. Und dann kommt morgens ein Pfleger, der euch weckt. Der euch, äh, irgendwie, äh, euch ins Bein piekst. Äh, euch eine Thrombosespritze gebt. Euch, äh, Schmerzmittel zum Schlucken gebt. Euch, äh, Magenschutz gibt. Dann Blut abnimmt. Und dann gibt es einen, der natürlich dann einmal so aufdreht. Und dann, pschsch, läuft da der Sack leer. Ja. Dann, äh, was ich eher unangenehm fand, war, ähm, die Drainage, die drin war. Äh, die ist wichtig für die Hing. Moment, ich muss jetzt gerade mal gucken. Oh, Puhstall ist auf. Ich werde euch das jetzt mal eben zeigen. Ich, eigentlich, will, war ich das nicht. Aber ich, ja. Ähm, ich glaube, man kann's, kann man's so erkennen. Einigermaßen. Ihr seht das, glaube ich, hier. Na, diese weißen Flecken, ne? Ja, das sind die Stellen, wo ich, äh, überall wo reingestochen wurde. Es wird ja jetzt nicht mehr so operiert, dass man einmal so quer aufschlitzt und dann rausholt, sondern das wird natürlich alles, ähm, wie heißt das, laparoskopisch gemacht oder wie sich das schimpft. Also, da geht man halt mit so ganz dünnen Gerätschaften rein, ne, und so weiter. Und, äh, da werden nur ganz kleine Einschnitte gemacht. Und, ähm, da seht ihr auch hinterher von Narben großartig. Eigentlich entweder so gut wie gar nichts mehr und bei den meisten verschwinden sie auch komplett. Ähm, also ich habe, wo fange ich denn mal an? Und ich habe hier einen Einschnitt, ich habe hier oben einen Einschnitt, ich habe hier einen Einschnitt, ich habe hier einen Einschnitt, der ist sehr unangenehm, der tut auch weh. Und der hier tat weh, weil da war die Drainage dran. Und hier habe ich auch so eine leichte Dille, also hier fehlt mir irgendwie so ein Stück Bauch jetzt. Ähm, ich weiß nicht, warum das so ist. Ich habe auch nicht gefragt, aber ich weiß nicht, ob ihr das seht, wenn ihr da... Na, hier so mein Rettungsring. Und dann... Seht ihr das? Ah, ist doch egal. Auf jeden Fall... Ja, und die war etwas unangenehm, weil das war notwendig. Das war auch nochmal ein Auffangbeutel, der halt aus dem Magenraum, also aus dem Bauchraum... Kicken! Entschuldigung, ich bin jetzt so müde. Der halt da auch nochmal Blut und Flüssigkeit aufgesammelt hat. Und der ist halt eben wichtig, um festzustellen, ob der Magen dicht ist oder nicht. Euch wird am... Wann habe ich das denn gekriegt? Am Donnerstag wurde ich operiert, am Samstag früh habe ich das gekriegt. Euch wird ein sogenannter Blauschluck gegeben. Das ist ein Zeug, das sieht aus wirklich wie Tinte. Also das wird dann in Wasser aufgelöst und das sieht haargenau so aus wie Tinte. Ich konnte sogar schwören, das ist sogar Tinte. Schmeckt ziemlich bescheiden. Das wird einmal natürlich während der OP gemacht oder wenn halt alles schon vorbei ist. Da wird eine blaue Flüssigkeit durch euch hindurch gehen, durch den Magen, um festzustellen, ob der dicht ist. Und wenn das richtig ist, dann ist die OP dann auch fertig. Und das wird halt eben dann nochmal zwei Tage später wiederholt oder drei Tage später. Bei mir war es Samstag früh. Da müsst ihr das einmal trinken. Und wenn dann das in eurem Pipisack landet, ist alles in Ordnung. Sprich, wenn der grün wird, blau und gelb, dann ist alles in Ordnung. Und wenn das aber in dem anderen Beutel landet, also in der Drainage landet, dann ist das nicht so gut. Weil das heißt nämlich, der Magen ist nicht dicht. Was man dann macht, keine Ahnung. Dazu ist es Gott sei Dank bei mir nicht gekommen. Bei mir war alles tipptopp in Ordnung. Sodass mir am Samstagabend auch schon der Urinkatheter gezogen wurde. Das war nicht unangenehm. Das habe ich kaum gespürt oder gar nicht gespürt. Also es war nicht unangenehm. Und am nächsten Tag, am Sonntag, wurde mir die Drainage gezogen. Das war heftig. Also es tat nicht weh in dem Sinne. Es hat geziebt. Es war einfach nur eklig, das Gefühl. Weil ich weiß nicht genau, wo das dann im Bauchraum, wo am Magen da verbunden ist. Aber das hat sich so angefühlt beim Rausziehen. Da ist halt eben so ein langer Schlauch drin. Und der Pfleger hat das einmal hier so abgeschnitten. Und dann hat er gezogen. Und er so eins, zwei, ich zähl bis drei. Eins, zwei, drei, wusch. Und dann zieht er da einmal. Und dann ist das so, als ob der Magen, einmal als ob hier der Magen ist, den man ja eigentlich sonst nicht spürt. Und als ob der irgendwie zur Seite mitgewandert ist. Und auf einmal, als ob man da irgendwie so ein Stöpsel von abmacht, hat man gemerkt, so plöpp, da löste sich was. Und dann auf einmal rutschte der wieder so in die richtige Position. Und dann halt eben noch das Gefühl des Rausziehen des Schlauches. Und dann dachte ich mir nur so, äh. Und dann zeigte der Pfleger noch so ganz stolz, so ja, hier. Und dann hatte er dann den Beutel, ich glaube mit so einem Schlauch, total blutig versifften Schlauch. Wo ich nur so dachte, so weg mit dem. Aber schnell, so raus, so schnell. Das war, oh, naja, das war ein eigenartiges Gefühl. Aber ich war dann auch froh, als er draußen war, weil ihr euch einfach dann auch viel besser bewegen könnt. Definitiv. Ja. Dann, ähm, pff, pff, ja. Das sind so die wichtigsten Sachen. Ja, am Anfang natürlich, äh, werdet ihr, äh, am ersten Tag nichts, äh, nichts essen, nichts trinken. Ähm, dann geht's irgendwann am zweiten Tag abends ging's dann los, abends mit, äh, klarer Brühe. Also, klare Bouillon hab ich gekriegt. Ähm, die ging mir aber irgendwann so auf den Senkel. Und die hab ich wirklich immer gekriegt. Die hab ich zum Frühstück gekriegt, die hab ich mittags gekriegt, die hab ich abends gekriegt. Immer diese Bouillon. Und dazu entweder ein Tee und Wasser halt, ne, konnte ich trinken. Ja, und wie gesagt, mit Wasser hatte ich halt erst so meine Probleme, so wie ich euch das im letzten Video schon erzählt habe. Ähm, Essen war auch nicht so wirklich toll, weil, wie gesagt, diese Bouillon, die kam hinterher so aus dem, aus dem Halse her richtig raus. Ich hatte einfach keinen Bock mehr, irgendwann mit zu essen. Ähm, ich war so froh, als dann endlich, ähm, äh, wann war denn das? Ich glaub, am Sonntagfrüh? Da kam dann, äh, endlich die, äh, Ernährungsberaterin vom, ähm, vom Krankenhaus zu mir. Und hat mit mir gesprochen. Und, äh, die sagte dann morgens, wo ich gerade so die Brühe essen wollte, so die ersten zwei Schlucke so. Ich so, muss ich noch diese Brühe lange essen, ich gar nicht mehr. Weil mir ist fast, also am Abend davor ist mir fast schlecht davon geworden. Ich war fast kurz davor, mich zu übergeben. Ähm, ich musste auch jedes Mal, wenn ich die gegessen hatte, direkt danach mir die Zähne putzen. Weil wenn ich diesen Geschmack noch im Mund hatte, fand ich das, oah, nee, war furchtbar. Fand ich ganz schlimm. Ähm, ja, und ich hab mich übrigens doch dann nicht übergeben. Also ich hab mich seitdem ich operiert bin, kein einziges Mal übergeben. Finde ich, ja, darauf, darauf kann man aufbauen. Ähm, ja, und dann sagte sie von wegen, wie, haben sie noch keinen Quark gekriegt oder so? Ich so, nein. Und sie so, ja, Moment, ich hol ihn da mal was. Essen Sie mal die Suppe nicht weiter. Ich so, okay. Hm. Und dann, ähm, hat sie mir von, äh, Bauer, also sie hatte jetzt zwar keinen, äh, so einen frisch fertig angeholten Quark da vom Krankenhaus, konnte sie mir jetzt nicht geben. Aber sie hatte mir ausnahmsweise so von Bauer so einen kleinen Erdbeerjoghurt gegeben. 200 Gramm, diese wirklich kleinen Minitöpfchen. Und den hab ich nicht aufgekriegt. Erst da wurde mir wirklich bewusst, okay, dein Magen ist kleiner. Ich habe, ich glaub, 150 Gramm ungefähr hab ich essen können und danach war ich satt. Ich hatte das Gefühl, als hätte ich, weiß ich nicht, fünf Stunden an irgendeinem Buffet satt gegessen. Und, äh, das ist teilweise befremdlich, teilweise auch beängstigend. Aber zu einem riesigen Teil ist das wirklich auch beruhigend. Und man feiert das auch. Weil so seltsam das auch sein mag, das ist ja der Grund, warum man das eigentlich überhaupt alles über sich hat ergehen lassen. Dass man irgendwann mal wirklich wenig isst und sagt, gut, jetzt nicht so wenig, ne, aber das ist jetzt noch der Anfang halt. Ne, ne, aber dass man halt irgendwie nur ein bisschen isst und dann irgendwann sagt, nein, stopp, ich kann nicht mehr, ne. Ähm, und es dann noch sein lässt. Oh, jetzt hab ich was getrunken, Entschuldigung. Entschuldigung, ich muss jetzt selbst von nicht kohlesäurehaltigem Wasser sowas von aufstoßen. Das ist eine Sache, die ich halt auch noch nicht so wirklich vertrage. Deswegen hatte mir auch die Ernährungsberaterin, die Frau Reitkluge, äh, geraten, wenn, äh, weil viele das Problem haben, dass sie Wasser irgendwie dann nicht wirklich vertragen, äh, oder nicht wirklich abhaben können, ähm, das mit irgendwie so ein bisschen Fruchtsaft zu vermischen. Ist doch völlig egal, was man da nimmt. Ich hatte jetzt im Krankenhaus so klaren Apfel gehabt, ne, und man sollte natürlich nehmen, dass es jetzt nicht irgendwie, äh, was weiß ich nicht. Äh, keine Ahnung, irgendwie der Nektar schlechthin ist, ne, also auch nichts, was irgendwie zusätzlich Zucker hat, ne, Fruchtzucker ist eine Sache, den kann man nicht rauskriegen, aber halt eben nicht noch zusätzlich zugeballert ist mit, äh, mit Glucose oder was weiß ich nicht was. Ähm, ja, der Tipp war super, weil danach konnte ich viel, viel besser trinken. Äh, auch ein Tipp ist gut, mit Strohhalm zu trinken, deswegen mache ich das auch mit Strohhalm immer noch hier. Und, äh, ja, und dann müsst ihr halt eben schlafen, also viel ausruhen, ihr, äh, braucht viel Ablenkung, Besuch ist schön. Ich hatte sehr schönen Besuch, hat mich sehr, sehr gefreut, äh, selbst als die Annika mit ihrer, ähm, äh, mit ihrer Sozialanamnese fertig war, hat sie mich trotzdem noch an dem Wochenende, an dem Sonntagabend noch besucht. Das fand ich so süß von ihr, sie hat's versprochen. Und ich dachte schon so, ach ja, auch wenn sie nicht kommt, ist, äh, ja, und so. Und dann war es halt eben schon Sonntag und dann dachte ich so, kommt sie noch oder nicht? Und dann ist sie tatsächlich abends noch, wo meine, äh, Freundin Alex aus Köln da war, ähm, war sie da. Und wir drei haben super verstanden, auch die beiden haben sich super verstanden, das fand ich so klasse. Und, äh, die sind dann auch mit mir zum Beispiel rausgegangen. Ich hatte dann, äh, äh, die haben mich dick eingepackt. Und, äh, ich hab, äh, zu meinem, äh, zu der Alex gesagt, so von wegen, ach komm, du willst doch bestimmt eine rauchen. Äh, ja, lass uns mal vor die Tür gehen. Dann komm ich mit. Ich muss, ich muss, ich muss, irgendwann muss man sich ja auch bewegen. Beziehungsweise ihr werdet, sobald ihr euch, äh, bewegen könnt, äh, werdet ihr auch aus dem Bett gescheucht. Na, also da ist es jetzt nicht so mit, äh, sieben Tage durchgehend da liegen bleiben, sondern ihr müsst euch bewegen. Ihr müsst es einfach, ne? Na, die scheuchen euch da rum und, äh, die achten darauf, dass ihr alsbald wie möglich wieder auf den Beinen seid. Na, ähm, ja, und dann hatte ich, äh, meine Schmerzpumpe und meine Flüssigkeit genommen, an der ich da angeschlossen war und bin dann mit dem, mit dem, äh, mit dieser Lampe da so durch die Gegend getingelt da. Und dann sind die beiden mit mir in den Fahrstuhl und runter und raus. Und es war zwar ein bisschen frisch, aber es war, es tat so gut, es tat so gut, an der frischen Luft zu sein. Es war so schön und, äh, ja, und dann standen wir ja noch eine Weile und, äh, also es war richtig, richtig toll. Ich hab, ähm, wie gesagt, tollen Besuch gehabt. Äh, meine Arbeitskollegin kam mit ihren Kindern vorbei, das war auch so schön und, äh, nee, es war klasse. Also es war einfach klasse. Ich hab mich super gefreut. Mein Vater ist jeden Tag gekommen, danke Papa. Also da hab ich mich auch sehr drüber gefreut. Ähm, ich hab von Alex Blumen gekriegt. Ja, ich hab sonst nie Blumen im Krankenhaus gekriegt. Äh, gut, ich war jetzt auch noch nicht so oft im Krankenhaus. Aber ich hab bisher nie Blumen gekriegt. Ähm, und meine Nachbarin, die neben mir war, meine, äh, ähm, meine Leidensgenossin, die hat, äh, ich glaub, vier oder fünf Sträuße da stehen gehabt. Die brauchte alleine einen Packer. Die hatte auch ziemlich viel mitgenommen, aber ich glaub, die brauchte alleine einen Packer, der nur die Blumen genommen hat. Ich hab auch gedacht, so, ja, klar. Ähm, nee, also es lief alles super bei mir. Äh, womit ich hinterher ein bisschen Probleme hatte, das war an dem Sonntagabend, wo die Mädels wieder weg waren. Ähm, da war es ein bisschen anstrengend, als ich wieder oben war. Ich lag dann, die Mädels haben sich verabschiedet. Und, äh, ich hatte auch, äh, kurz vorher die Suppe halt gegessen. Und das war so der Moment, wo mir so ein bisschen komisch wurde. Und da hab ich auf die Schmerzpumpe gedrückt. Und dann dachte ich erst so von wegen, so, komm, schieß dich jetzt wieder ab. Ne? Dann schwebte ich kurz im Traumland. Und dann wurde mir aber sowas von übel. Kotze übel. Also echt, ich hatte echt Angst. Vor allem, äh, was ich jetzt immer noch nicht kann, sind so Sachen wie Husten. Ich kann nicht richtig lachen. Also nicht die, diese typische, werige, schmutzige Lache, die ich sonst immer habe. Diese Laute. Die ist noch ein bisschen verhalten. Und, ähm, ich kann nicht niesen. Ich kann nicht schnäuzen. Also ich kann es, ich mach es natürlich. Aber es tut im Bauch unheimlich weh. Weil wenn ich dann irgendwie viel einatme, wenn ich den Bauch anspanne, das sind alles Sachen, das tut alles ziemlich weh. Und, ähm, ja, das ist nicht so schön. Und da habe ich mir nur gedacht, oh Gott, wenn das mir schon weh tut, wie würde es mir dann erst wehtun, wenn ich mich übergebe? Und das wollte ich unter allen Umständen vermeiden. Ich habe gesagt, wenn es geht, muss ich es vermeiden, mich zu übergeben. Vor allem war halt eben, das, was am meisten noch so schmerzt, also wenn ich gelegen habe, ging es. Das, was mir am meisten immer noch, also auch jetzt immer noch Schmerzen macht, ist, äh, nach vorne beugen. Äh, das ging Gott sei Dank gestern ganz gut. Gestern war auch der erste Moment nach über einer Woche, dass ich mir meine Haare waschen konnte. Ja. Äh, obwohl es tat den Haaren eigentlich ganz gut. Aber die haben nach Krankenhaus gestunken. Und, äh, ne, ich war fettig und schuppig und eklig und, äh, ne, mochte ich überhaupt nicht. Und, äh, ne, furchtbar. Und, äh, gestern ging es dann und, äh, klar habe ich immer noch so ein leichtes Pochen hier. Ne, ich muss auch immer gucken, wie ich mich jetzt so gerade hinsetze oder, ne. Aber so nach vorne beugen, das ging sehr gut. Hatte ich so gut wie keine Schmerzen gehabt. Weil, äh, ich, ich glaube, ich musste so einen Punkt so überwinden, so sage ich jetzt mal so. Und dann, äh, ging das so, dass ich mir die Haare waschen konnte. Und das war, ach, das tat so gut. Ja. Ja. Das tat wirklich gut. Ja. Und, äh, fühle mich auch jetzt viel normaler, viel menschlicher. Es, ähm, ich sah aus wie Penner. Ich meine, ich habe ja Fotos gemacht. Ihr habt vielleicht irgendwie Fotos gesehen oder so. Ähm, manche von euch, äh, die meisten haben mir darauf geantwortet, boah, siehst du bekifft aus. Weil ich einfach dieser Schmerzpumpe da so lange gehangen habe. Und, äh, mich auch relativ oft, fand ich, daran bedient habe. Aber das war einfach, das war einfach so geil. Ähm, aber als ich halt, wie gesagt, diesen Moment hatte, wo ich dachte, ich muss mich jetzt gleich übergeben. Ich bin schon aufgesprungen. Weil ich dachte, ich reihe hier gleich alles voll. Habe die Schwester gerufen. Und in dem Moment, wo ich mich so aufsetze, habe ich aber so eine Art Schluck aufgehakt. So Schlicker. Und dann, ähm, äh, ja, war das wie so eine Art Bäuerchen, glaube ich. Ich weiß es nicht. Und dann ging es auch. Dann war das sofort wieder weg. Aber das war erst, nachdem ich die Schmerzpumpe gedrückt habe. Und, ähm, da fühlte ich mich dann irgendwie dann nicht mehr so entspannt. Und die kam dann auch, hatte mir dann sicherheitshalber auch Brechschärchen dann gegeben, die Schwester und so. Ähm, und dann hatte ich auch nichts mehr. Und dann, ähm, weil ich ab da schon so ab Sonntag, sage ich mal so, hatte ich noch die Schmerzen, also auch die ich jetzt immer noch habe. Aber die waren erträglich. Außerdem habe ich ja zusätzlich immer noch, ähm, hier dieses flüssige Schmerzmittelzeuges da gekriegt zum Trinken. Ähm, ich weiß nicht, was ist das immer eine Vagina oder was? Ähm, das habe ich ja auch noch gekriegt. Und das habe ich auch hier, äh, na, das... Deswegen habe ich mir gedacht, komm, ähm, entwöhne dich mal deiner Schmerzpumpe. Und ab da habe ich die dann auch nicht mehr genommen. Kein einziges Mal mehr. Das war echt so, wo ich gesagt habe, nee, nada, danke. Und, äh, dementsprechend wurde ich auch dann am Montag schon abgestöpselt. Und ich kam zwar noch nicht ganz auf meine Flüssigkeitsmenge, doch Montag, ja, Montag kam ich dann, dann allmählich dahin. Ähm, weil ihr müsst auf jeden Fall, das sagen die euch alle, ihr müsst im Krankenhaus auf eine Flüssigkeitsmenge von anderthalb Liter kommen. Ähm, das ist krass, das ist echt heftig. Und ich sage mal, so diese Krankenhausflaschen da von, was hatten die da, Stiftsquelle oder was? Ähm, die haben, äh, sind ja nicht ein Liter, sondern sind ja 0,75 Liter. Ähm, dann der Apfelsaft, den ich noch getrunken habe. Dann die Suppen, die ich da noch gekriegt habe. Da hatte ich dann auch endlich mal, äh, dann, äh, pürierte Suppen gekriegt. Das war mir so tausendmal lieber als diese be-pisselte Bouillon da. Ähm, und dann auch noch die Tees, die ich getrunken habe. Alles in allem kam ich auf anderthalb Liter. Äh, aber erst am Montag. Ähm, Entschuldigung. Äh. Ja, das war am Montag das erste Mal der Fall. Und es ist halt so, bevor ihr das nicht schafft, werdet ihr nicht entlassen. Ja. Also das wird euch immer wieder gesagt. Ich denke mal, ihr werdet auch so entlassen. Aber diese Flüssigkeit, äh, dass ihr die zu euch nehmt, das ist wirklich unheimlich, unheimlich, unheimlich wichtig. Und, äh, da führt auch echt kein Weg dran vorbei. Die kontrollieren das, die gucken das. Also, was ist kontrollieren, aber die, die fragen halt nach. Und da habe ich auch nicht gelogen, weil, äh, ne, ne, falls ihr wirklich aus irgendwelchen Gründen, ähm, es auch nicht könnt oder sowas. Das kann ja auch irgendeinen medizinischen Grund haben, dass irgendwie was bei euch im Magen nicht, äh, richtig ist oder sowas. Ne, und nicht, weil ihr jetzt sagt, okay, ich will sofort jetzt hier, äh, weiß ich nicht, an einem Tag schon fünf Kilo abnehmen, indem ich gar nichts esse. Und, äh, das kann man da nämlich sehr, sehr leicht machen, weil ihr werdet keinen Hunger haben. Ähm, ähm, was auch falsch ist, ähm, definitiv falsch ist, ähm, dann ist es nicht, dann ist das nicht richtig. Und, äh, dann müsst ihr das auch sagen, äh, weil gegebenenfalls hat das dann einen medizinischen Grund, äh, also jetzt außer halt die OP halt, ne, ne, sondern dass ihr, äh, irgendwie sonst ein Problem habt oder sowas, ne, und das muss halt kontrolliert werden, sonst habt ihr hinterher, äh, zu Hause irgendwann Probleme und, äh, da ist es ja meistens so, naja, die haben mir gesagt, wenn sie Probleme haben, sagen sie sofort Bescheid, ne, selbst wenn es die kleine, kleine Kleinigkeit ist, die ihnen komisch vorkommt oder anders ist oder sowas, wenn sie ihr sagen, ich hab irgendwo Probleme, sofort Bescheid sagen. Ich hab viel, ähm, auch hier in dem, äh, in der Adipositas-Gruppe auf Facebook, da gibt's viele Leute, die sagen, ah, ich bin jetzt so und so lange Post-OP, ja, ich hab, auf einmal muss ich mich ständig übergeben, ich weiß aber nicht warum, ne, und, äh, dann fragt man so, ja, wie lange hast du das denn? Und dann sagen die Leute meistens so, ja, fünf Tage oder so. Und sind aber bisher nie auf die Idee gekommen, mal im Krankenhaus oder bei irgendeinem Arzt nachzufragen. Da denke ich mir mal so, Heiland, Leute, äh, mein Gott, die müssen halt immer wirklich so dahin geprügelt werden. Ähm, klar möchte man nicht wieder ins Krankenhaus. Man ist ja froh, dass man raus ist. Ich war ja auch froh, dass ich wieder raus bin. Besonders nach dieser letzten Horrornachrag, ich kann euch sagen, ne. Ähm, aber das, äh, bringt auch nichts, ne. Es ist wichtig, äh, da wirklich auf euch zu hören, auf euren Körper zu achten. Und wenn ihr irgendwie sowas habt, dann im Krankenhaus sofort, also einen Anruf mindestens, mindestens einen Anruf. Na, bevor ihr dann irgendwann durch einen Notfallwagen oder so wieder eingeliefert werden müsst. Also das ist, äh, ist auch nicht Sinn der Sache, ne. Äh, so, ja. Genau, und dann bin ich Dienstag entlassen worden. Genau. Das wurde mir Montag schon mitgeteilt, beziehungsweise ich wusste schon Sonntag, ich hatte eigentlich gehofft, dass ich, äh, Montag schon rauskam, aber ich wusste Montags spreche ich noch mit, äh, der Vorrat Kluge, mit der Ernährungsberaterin, die Frau Praske, äh, die, äh, Frau Vogelput wollte noch kommen, die, ähm, Betreuerin, äh, die Patientenbetreuerin dort, äh, und, äh, man wollte mir noch Blut abnehmen, das musste noch kontrolliert werden, die gucken da noch nach Entzündungswerten, äh, die waren bei mir noch ein bisschen zu hoch, deswegen musste ich heute noch mal ins Krankenhaus, um noch mal Blut abzugeben, aber jetzt sind die perfekt, da bin ich sehr froh. Es war aber auch schön, die alle noch mal kurz wiederzusehen, alle noch mal so, hallo, so, ja, wie geht's denn, und so, ah, ach, die Ärzte sind da so schnucklig, ja, ja, da gibt's manche, die ich wirklich, äh, ja, sehr süß fand, ähm, die sind auch alle wirklich furchtbar lieb, also ich muss, im Nachhinein, wenn ich so zurückblicke, muss ich sagen, es war echt super, ich hab mich super aufgehoben gefühlt, ich hab, äh, nicht einen Tag gehabt, wo ich dachte, oh, das geht gar nicht, ähm, ähm, es ist alles soweit gut bei mir gelaufen, es kam, äh, ich hab mich nicht verlassen oder so, oder irgendwie auf mich selber gestellt gefühlt, oder irgendwie sowas, also, ähm, es war immer jemand da, äh, haben, selbst wenn irgendwie jemand reinkam für meine Bettnachbarin, äh, beim Rausgehen, hat immer noch mal sich jemand nach mich erkundigt, äh, äh, hat immer noch mal gefragt, und wie ist es bei ihnen, bei ihnen alles okay, und, äh, also, wirklich top, finde ich. Ähm, ich hab mich da super aufgehoben gefühlt, die waren alle super nett, super hilfsbereit, ähm, ja, ich hab mich da mit jedem super verstanden, und, ähm, wie gesagt, ich hab eigentlich, ja, nee, nicht eigentlich, sondern ich hab wirklich nichts auszusetzen, ich hätte es mir, äh, nichts, äh, ich hätte es mir nicht anders wünschen können, ne, und so wollte ich das auch. Ja, und, äh, wie gesagt, also mir geht es soweit ganz gut, ich freue mich wieder da zu sein, äh, es war einfach so schön, der erste Tag, ich sah schon wie auf Kohlen, ich hab direkt dienstags, äh, ich musste klar auf die Entlassungspapiere warten, da weiß man ja, die sind eh immer erst so mittags um zwölf fertig, ähm, ich war fertig, äh, früh schon um neun, saß ich, glaub ich, schon auf meiner gepackten Tasche, und, ähm, ja, musste, glaub ich, bis elf oder zwölf warten, bis ich dann die Papiere noch gekriegt habe, aber das war mir egal, das war mir so egal, ich hab mich einfach nur gefreut, da, äh, wieder raus zu sein, ja, so gern ich auch alle hatte, ne, alle haben auch noch schönen, äh, äh, und, äh, im Arztzimmer noch so mir gewungen, ich so, ciao, und dann so alle so, tschüss. Ja, ähm, ja, und ich war einfach nur froh, zu Hause zu sein, bei meinen Kätzchen zu sein, ne? Ähm, der hört mich gar nicht, der schläft schön, ja, es war so schön, und, äh, einfach schön wieder unter meiner Decke, mit meinem Geruch, weil ich hab noch so ekelhaft Krankenhausgeruchanleger gehabt, das war so widerlich, und, äh, ich darf mich ja momentan jetzt noch nicht, äh, baden, ich, ähm, großartig, also nicht duschen, ich hab halt hier keine, das sind keine, keine duschfesten Pflaster, die ich drauf habe, ich darf mich nur waschen, ich freu mich schon darauf, äh, wenn die, ähm, hier die, die Nähte weg sind, ähm, ähm, die müssen übrigens nicht gezogen werden, die lösen sich auf, ähm, und das müsste eigentlich bald der Fall sein, und ich freu mich so sehr darauf, endlich mal wieder bei mir dann baden zu gehen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Äh, ja, oder überhaupt, überhaupt, überhaupt duschen oder sowas, weil nur dieses Waschen, das ist, ähm, weiß ich nicht, das ist, äh, das ist nix für mich. Ja, nee, ansonsten geht's gut, hab ich jetzt schon tausendmal gesagt, falls ihr irgendwelche Fragen habt, oder irgendwas, was ich jetzt vergessen habe, dann, ähm, ja, ich hab in dem letzten Video, äh, eine Sache am Ende noch erwähnt, eine andere hab ich vergessen, deswegen sag ich es jetzt nochmal, was ihr vor der OP unbedingt braucht, das ist jetzt nicht wichtig für den Antrag, wenn ihr den stellt, aber das ist einfach etwas, was ihr für, vor der OP noch machen müsst, ähm, ist einmal eine Magenspiegelung, es muss sichergestellt sein, dass bei euch im Magen alles okay ist, ähm, die wurde bei mir auch in dem Krankenhaus durchgeführt, wo ich operiert wurde, da müsst ihr einfach mal nachfragen, wo ihr das machen lassen könnt, ähm, lasst das, wenn's geht, am besten nicht ambulant machen, sondern besser unter Vollnarkose, ist angenehmer, hab ich gehört, ähm, ja, das braucht ihr einmal, und ihr braucht Kompressionsströmpfe, das wird euch aber dann noch, äh, alles gesagt, das kriegt ihr dann auch nochmal, ähm, mit in einem Brief für eure, für euren Hausarzt, der dann das Rezept dafür ausstellen muss, ähm, und, äh, genau, die braucht ihr auch noch, und, äh, ja, das wären so die zwei wichtigsten Sachen noch vor der OP, ja, und ansonsten, äh, ja, geht's mir super zum vierten Mal jetzt, glaub ich, hab ich's gesagt, ich bin, äh, gespannt, wie es weitergeht, ich werde euch auf dem Laufenden halten, ähm, ihr werdet von mir hören, vielleicht ist dem einen oder anderen auch schon aufgefallen, dass ich, äh, vielleicht etwas abgenommen habe, weil ich habe tatsächlich schon etwas abgenommen, ähm, ich hab nämlich vor der OP eine zweiwöchige Flüssigphase gemacht, hätte ich nicht machen brauchen, es wurde mir nicht gesagt, dass ich sie machen soll, aber, äh, ich weiß, dass es Krankenhäuser gibt, die sagen, man soll's machen, entweder eine Flüssigphase oder eine Eiweißphase, das ist, äh, auch immer so eine Sache, äh, ich hab sie aber einfach für mich selber gemacht, und in der Zeit, äh, klar hab ich auch dann ab und zu mal auch, äh, was Normales gegessen, in Anführungsstrichen, aber es war halt immer gesund, ich hab dann, wenn, irgendwie, wenn ich auf was zu knabbern Lust hatte, hab ich eine Rohkostplatte mir gemacht, oder so, oder, äh, abends dann mal eine Suppe oder sowas, aber ansonsten hab ich auch mich hauptsächlich an meinen Eiweißshakes gehalten, die auch nach der OP unheimlich wichtig sind, ähm, und, äh, ja, genau, und, äh, das war für mich irgendwie gar kein Problem, ich hatte vorher schon im, ich glaub schon im November hatte ich schon angefangen, äh, auf der Arbeit, mein Frühstück durch, ähm, äh, Eiweißshakes zu ersetzen, das hat mich überhaupt nicht gestört, im Gegenteil, ich war satt und, äh, konnte direkt weiterarbeiten, ohne dass ich irgendwie mit einem Teller bei mir am Arbeitsplatz saß und ich, weiß nicht, irgendwie ein Butterbrot gegessen hab, wo ich dann das in der Hand nehmen musste und dann musste ich mir erstmal wieder die Finger putzen, bevor ich wieder mit der Tastatur loslegen konnte, also es war sehr viel angenehmer. Irgendwann, dann hab ich auch, äh, im Dezember angefangen, mal, äh, das Mittagessen auch, äh, durch den Shake zu ersetzen, sodass ich wirklich nur noch abends gegessen hab, ich wollte gucken, ob ich damit klarkomme, war auch kein Problem, ich hatte auch keinen Hunger, ähm, und, äh, ja, und da war mir klar, okay, äh, ich schaffe es, äh, jetzt das Abendessen auch noch irgendwie auszulassen, äh, war für mich auch nicht das Problem, weil meistens, wenn ich jetzt nicht gerade bei meinen Eltern bin, sondern alleine für mich zu Hause, hab ich nicht großartig Lust, mir noch irgendwas zu machen oder so, ähm, da hab ich, manchmal bin ich auch ohne was zu essen dann ins Bett, vielleicht hab ich dann noch irgendwie was getrunken oder sowas, äh, aber, äh, da hab ich mir dann schon gedacht, okay, das wird für dich jetzt nicht so eine große Umstellung dann sein mit der Flüssigphase. Ich find sowas gut, vorher auch entweder schon mal ausprobiert zu haben oder so ein bisschen schleichend anzufangen, ne, ähm, damit ihr einfach schon mal wisst, äh, was schmeckt euch da überhaupt, äh, dann könnt ihr euch da auch irgendwie so ein bisschen schon mal durchprobieren, ne, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man die Sachen zu Hause hat und dann wirklich am ersten Tag, schon, am ersten Tag der Flüssigphase damit erstmal sofort Cut mit fester Nahrung und dann mit Flüssigphase anfängt und dann auf einmal den ersten Shake macht und merkt, öh, der schmeckt ja total widerlich, ne, also probiert euch da wirklich auch mal durch, da gibt's ja mittlerweile auch so viele Internetseiten und auch so viele Sorten, auch schon so, so bekloppte Sorten, das sind alles so Sorten, die hab ich bisher immer noch von Shisha-Tabak mitbekommen, aber dass es die auch jetzt, äh, bei sowas gibt, bei Eiweißshakes, da hab ich schon teilweise irgendwie gedacht, so, oh Gott, ähm, ja, also für mich reichen ein, zwei Sorten, ich brauch jetzt nicht die mega, äh, weiß ich nicht, Erdbeerkäse-Kuchen-Variante oder so ein Scheiß, das ist einfach nur Mist und Müll, äh, was ich euch allerdings empfehlen kann, ist, wenn ihr so ein, weiß ich nicht, Schoko-Fan seid oder Schokolade gerne isst, äh, nehmt euch am besten irgendwie ein Schoko, ein Schoko-Eiweiß-Trink, ne, ich hab Vanille, Vanille bin ich jetzt nicht so der Fan von, ich bin jetzt auch nicht so der Fan von, von Schokolade, aber diese, äh, Schoko-Eiweiß-Shakes, die haben auch mein Verlangen nach irgendwas Süßem dann auch gestillt, und es war halt so, als würde ich einen etwas dickeren Kakao trinken, was ich sehr lecker und sehr angenehm empfunden habe, und in der Zeit habe ich schon ein paar Kilos abgenommen, und, äh, dann natürlich nach der OP auch, und, äh, ich hab jetzt, glaube ich, bis zu dem Moment, wo ich mich das erste Mal bei der ersten Adipositas-Sprechstunde bewogen habe, bis heute, habe ich mittlerweile über 10 Kilo abgenommen. Dazwischen hatte ich auch mal was abgenommen, aber auch wieder zugenommen, deswegen hatte das so ein bisschen geschwankt, aber, ähm, das stand nämlich nochmal in dem Entlassungsbrief drin, deswegen fand ich das ganz süß, dass sie es da nochmal mit reingeschrieben haben, und, äh, das, äh, ja, und da bin ich halt eben gespannt. Man soll es aber natürlich auch nicht übertreiben, ne, wenn man sich wiegt, soll man das eigentlich noch nicht mal jede Woche machen, gut, wer macht das nicht, ne, sondern es wurde empfohlen, da gar nicht so wirklich drauf zu achten, ähm, weil man dann leider auch sehr schnell in so einen Abnehmen-Rausch dann verfällt, ähm, da muss man aufpassen, dass das nicht so extrem passiert, wenn man euphorisch ist, ist das eine Sache, aber es gibt wirklich Leute, die nach der OP in so einen Rausch fallen, und dann, äh, weiß ich nicht, nur, äh, nur gesundes Essen, und, äh, nur, äh, wenig, und, äh, dann nur Sport, und jeden Tag Fitnessstudio, 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 und die nehmen dann auch ihre, weiß ich nicht, 20, 30 Kilo ab, oder sowas, und, äh, dann auf einmal gibt es halt irgendeinen Moment, wo es euch schlecht geht, oder wo ihr dann auch schon wieder ein bisschen mehr essen könnt, ähm, wo ihr dann mal irgendeinen schlechten Tag habt und sagt, ach Gott, ja, jetzt irgendwie Pizza oder sowas wäre, ach, wäre toll, und dann gibt es irgendwie so Momente und Phasen, wo ihr, ähm, entweder einen langen Stillstand haben werdet, oder auch erst mal vielleicht sogar was zunehmen werdet, was dann natürlich für einige wieder so ein Schockmoment ist, weil man denkt so, oh Gott, ich hatte doch diese krasse OP, warum nehme ich zu, ne, ähm, das sind Momente, die wird es geben, auf jeden Fall, die kann es geben, es gibt auch manche, bei denen wird es das vielleicht nicht geben, ne, aber das passiert meistens immer, wenn die Leute halt in diesen, äh, in diesen Warn dann verfallen, und da muss man halt aufpassen, dass das nicht passiert, äh, wenn man dann umso härter dann wieder so auftrifft, ne, ja, ansonsten, äh, falls ihr irgendwelche Fragen habt, oder ihr meint, ich hab jetzt irgendwas ausgelassen, oder, falls ihr operiert seid, oder es noch vorhabt, ich würde gerne eure Geschichte auch hören, ähm, und freue mich über jeglichen Kommentar in, äh, unter dem Video, ja, äh, wieder mal ein langes Video für euch, nachdem ihr ja so lange nichts von mir gehört habt, aber, äh, gut, ich fand es jetzt auch wichtig, euch da so ein bisschen so die einzelnen Stationen zu nennen, vielleicht habe ich euch jetzt irgendwas vergessen, oder sowas, aber das war jetzt so halt das Wichtigste, und, ähm, ja, das war's, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, habt, macht's gut, Muuuuh, ciao!